Sie werden diesen Raum lebend nicht mehr verlassen. Es bleiben Ihnen noch drei Stunden, um zu sterben. Denn der letzte Sinn des Verbrechens ist, eine unbeschränkte Herrschaft des Verbrechens aufzurichten. Ein Zustand vollkommener Unsicherheit und Anarchie aufgebaut auf den zerstörten Idealen einer Welt, die zum Untergang verurteilt ist. Wenn die Menschen vom Terror des Verbrechens herrschen, vom Grauen und Entsetzen doll geworden sind, wenn das Chaos zum Urden gesetzt hat, dann ist die Stunde der Herrschaft des Verbrechens da. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020